Willkommen, ich habe wieder eine Dolly für Sie. Ja, nicht die Dolly auf St. Pauli, sondern die Dolly von Tommy M., Thomas Machalke. Eine neue Garnitur, die produziert wurde, um dieses neue Leder zu testen, wie es rauskommt auf einer kubischen Gruppe und Tommy M. macht ja fast bloß kubische Gruppen. Es ist ein feines Nubukleder, ohne viel Strich, muss man sagen, fast kein Strich. Ich denke, es ist eventuell sogar ein Nubukleder aus Wasserbüffel, ich weiß es aber nicht. Schöne Platten, ohne große Fehler, ja ein paar Heckenrisse und Hautrisse sieht man im Narben, wenn man genau hinschaut, so dass man auch weiß, dass man eine Ledergruppe hat. Die Kombination ist ganz kubisch klassisch, bestehend aus einem Longchair und einem Zweianbaussofa mit hoher Bequemlichkeit. Sie haben hier lose Kissen und können sich das hinstellen, wie Sie wollen. Sie können die Kissen auch wegmachen, zum Saubomachen und mit diesem Ziehband können Sie es auch fixieren. Und so, das Leder wird speckig werden, das Leder wird leben, das Leder wird mit Ihnen alt werden. Genießen Sie es! Sie brauchen hier nicht so viel Platz, Dolly ist links, also die lange Seite 2,35 Meter und rechts 1,60 Meter breit. Und somit kann es auch in kleinen Wohnungen eine große Wirkung erzielen. Schöne Metallfüße hier, vierkant, verkromt, klassische Form, ganz tolles Leder, ein Frauenleder zum Genießen und ein prägnanter Name. Dolly wartet auf Sie! Dankeschön und Tschüss!